Hallo, nächste Übung von meiner Challenge, heute Sit-Ups. Und zwar mit der Ferse am Boden, ganz fix, die darf nicht weg vom Boden, ganz kontrolliert runter und wieder rauf, ohne Schwung. Und das machen wir in Summe 50 Mal. Können Sie immer wieder Pause machen, wenn es Pause braucht. Wichtig ist die Spannung wirklich im Bauch und nicht mit Schwung aufzugehen. Wenn euch das zu schwer ist, könnt ihr zum Beispiel die Beine auch mehr strecken. Wenn es euch zu leicht ist, beinigen Sie zum Hintern und die anderen zum Beispiel so oder so. Das Ziel ist aber, dass die Fersen nie vom Boden weggehen, dann macht ihr es richtig. Viel Spaß, bis morgen!